Moin, liebe Top-Familie und liebe Fußballfreude und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, herzlich willkommen hier zu meiner Europa-League-Prognose. Ja, die Europa-League steht an. Wir haben viele tolle Spiele und auch hier natürlich vorab der Hinweis, wie auch bei der Champions League. Champions League-Video mit Uwe und mir kam bereits natürlich schon letzte Woche. Der Spieltag oder der erste Spieltag war ja jetzt schon oder ist gerade in dem Sinne für mich im Gange. Für euch ist er jetzt schon natürlich komplett vorbei. Ist auf drei Tage aufgeteilt, am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag. Jedenfalls Europa-League findet nächste Woche statt und demzufolge kommt hier jetzt auch meine Prognose. Und hier natürlich auch der Hinweis, ich war auf der Seite weltfußball.de und habe dort den Tabellenrechner genutzt und benutzt. Ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr auch sehr, sehr gerne selbst die ganzen Spiele tippen und dann mal gucken, was bei euch rauskommt. Und welche Mannschaften fliegen raus, welche Mannschaften spielen in dieser Quali-Runde und welche Acht sind die Besten und sind schon dann im Achtelfinale. So, ja auch hier, ich werde hier, weil ich eben hier alleine bin, ein bisschen ausführlicher vielleicht auch auf ein paar Mannschaften eingehen, weil es vielleicht doch die ein oder andere Überraschung gibt. Ich werde dann meinen Torschützenkönig tippen und ganz am Ende natürlich meine Favoriten. Auch hier werde ich es so bewerten, wie in der Champions League das bedeutet, habe ich eine Mannschaft in einer dieser drei Sparten richtig, bekomme ich einen Punkt. Das heißt, ich kann natürlich bis zu schon mal so 36 Punkte bekommen. Oder ich kann sogar zwei Punkte bekommen, wenn ich diese Mannschaft auch noch auf dem richtigen Platz getippt habe. Mal gucken, in welcher dieser drei Turniere ich am besten bin. Nächste Woche natürlich Conference League, weil die Conference League startet ja erst eine Woche nach der Europa League, weil es sind da ja auch weniger Spieltage. Das wird interessant. Also, ebenzufolge würde ich sagen, starten wir rein mit meinen Mannschaften, wo ich glaube, dass sie eben absteigen werden. Und das sind diese Mannschaften. Genau, ich zeige auch in die richtige Richtung. Ja, da seht ihr schon vielleicht die ein oder andere Überraschung. Unter anderem, ja, leider auch Hoffenheim. Hoffenheim, finde ich, hat schwierige Spiele. Unter anderem spielt Hoffenheim in Mütland. Hoffenheim spielt dann gegen Dynamo Kiew. Das wären vielleicht rein theoretisch so noch die machbarsten Gegner, weil dann kommen Spiele wie gegen Porto. Dann kommt auch noch ein Spiel gegen Lyon. Wie ihr hier seht, trage ich auch das Trikot. Man spielt gegen Sporting Braga, die sich auch in den letzten Jahren international, finde ich, gut präsentiert haben. Ähm, man spielt, ähm, würde ich die einmal schon eben übersehen. Achso, gegen hier, ähm, Steuwa Bukarest. Man spielt gegen Tottenham. Ich denke, das wird so auch mit das schwerste Spiel. Ähm, man spielt gegen, äh, und in Anderlecht. So, ich, ich, ich glaube einfach nicht daran, dass Hoffenheim, und auch wenn ich jetzt so sehe, wie sie in der Liga spielen, ja, sie haben gegen Kiel gewonnen, ja, am ersten Spieltag. Das war doch vielleicht so das beste Spiel. Aber, und das ist ja auch schon ein gewisser Punkt, die Defensive ist da echt schwach. Das muss man einfach so sagen. Ähm, du hast zwei Gegentore eben gegen einen Aufsteiger bekommen. Ähm, ja, auch Dynamo Kiew. Dynamo Kiew spielt ja, ähm, äh, jetzt muss ich nochmal überlegen. Genau, im Volksparkstadion, ja, in Hamburg. Wird natürlich interessant, ähm, wie die sich da eben präsentieren. Man hat ja schon letztes Jahr ja auch gesehen, äh, von Sadio Donjesk, die ja dann da gespielt haben, dass die Dritter gewonnen sind in der Champions League. Ich sag mal, war irgendwie klar, dass die Dritter oder Vierter werden. Von daher, okay. Und vielleicht somit die größte Überraschung bei den Absteigern, Ajax Amsterdam. Bei Ajax, und das sage ich so, wie es ist, ist es nicht, weil ich Eindhoven-Fan bin und gegen Ajax irgendwie getippt habe. Ich finde aber, Ajax hat gewisse Mannschaften, die unangenehm sein könnten. Und Ajax, muss man auch ganz klar so sagen, ist im Aufbau. Ajax ist im Aufbau, ähm, letzte Saison wirklich ganz schlecht gespielt. Dann hat man zu Hause den Auftakt gegen Besiktas. Besiktas, finde ich, eine sehr unangenehme Mannschaft, kann das sein. Ähm, dann spielen sie in Prag gegen Slavia Prag. Gerade so die Prag-Klubs, die auch in den letzten Jahren auch mal so ein kleiner Stolperstein sein können. Dann spielt, ähm, Ajax in Karabac. Wir wissen es noch letzte Saison, wie Karabac, finde ich, eine gute Gruppenphase gespielt haben. Gegen Leverkusen, dann ja im Achtelfinale rausgeflogen sind. Haben ein wirklich starkes Turnier gespielt und haben sich, finde ich, da auch gut gezeigt. Ähm, ja, und dann kommen wir halt eben auch zu Mannschaften für Ajax, wie zum Beispiel, ähm, Maccabi Tel Aviv oder auch eben, ähm, ich spiele auch gegen Feder Batsche, wenn ich mich nicht irre. Genau, die spielen auch in, äh, San Sebastian gegen Real Sociedad. Ähm, das sind für mich, und auch zu Hause gegen Lazio, ich glaube einfach, dass Ajax vielleicht noch eine Saison braucht. Auch aktuell in der Liga läuft es, finde ich, überhaupt nicht. Man ist aktuell auf Platz, muss ich mal hier ganz kurz gucken, ich glaube, Platz 9 oder 10. Ja, man hat da aber auch noch Nachholspiele, das darf man nicht vergessen. Ähm, genau, 5 Spiele sind ja schon vorbei, Ajax muss ja noch 3 spielen, haben aus 2 Spielen 3 Punkte geholt, deswegen aktuell 15er, ja. Ähm, aber ich bin da noch nicht so ganz der Überzeugung von, von dem Kader, dass die schon irgendwie, ja, dass die irgendwie was reißen. Und deswegen glaube ich leider, dass die schon, äh, tatsächlich, ähm, nach der Gruppenphase komplett raus sind. Und natürlich eben die anderen Mannschaften bei mir noch mal eben kurz durchgegangen. Riegers, Elsburg, Steuwa Bukarest, Hoffenheim, Maccabi Tel Aviv, Ferien Kavosch, Dynamo Kiew, Bodo Glimt, Ludo Goretz, Raskrat, Ajax Amsterdam, Malmö und Anderlecht. Das sind meine Mannschaften, die für mich rausfliegen. Demzufolge machen wir den Übergang zu meinen Mannschaften von Platz 9 bis 24. Und haben ja einige natürlich auch schon so große Mannschaften, aber vielleicht auch Überraschung dahingehend, dass sie vielleicht nicht in der Top 8 sind. Wie unter anderem AS Rom. AS Rom, warum nur 15er? Hummels ist ja jetzt bei diesem Klub und vielleicht gibt es ein Wiedersehen mit Tuchel, vielleicht gibt es ein Wiedersehen mit Terzic. Das sind nämlich zwei Trainer, die da gar nicht werden aktuell. Denn tatsächlich ist es so, dass De Rossi, ähm, gefeuert wurde. Aktuell läuft es nicht in der Serie A. Man hat, glaube ich, nur einen Sieg geholt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Punkt lieber noch mal, weil ich bin mir da jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Aber jedenfalls, ähm, man, ähm, sind die denn da? Man, man hat sich halt eben getrennt. Und demzufolge, genau, man hat aus, ähm, vier Spielen aktuell hat man, ähm, jetzt muss ich mal mit dir gucken, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ah ne, hier hat man drei Unentschieden. Kein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Ist natürlich zu wenig für eine Mannschaft, die in Europa League spielt. So, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, auch habe ich zum Beispiel eben hier in dieser Region getippt. Lazio, auch eben eine italienische Mannschaft. Lazio kann unangenehm sein. Ich glaube aber nicht, dass die weiter oben mitspielen werden. Äh, Slavia Prag. Vielleicht, ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich hier so ein bisschen wieder meine Prag-Brille auf, nenne ich es mal. Ähm, die Brille, ich sag mal, jeder hat ja irgendwie so eine gewisse Brille oder, sag ich mal, eine gewisse Meinung. Aber irgendwie finde ich die, die Prag-Klubs interessant. Ich glaube, dass sie wieder eine, ein gutes zu dir spielen werden. Haben, finde ich, auch ein paar machbare Gegner. Slavia Prag. Wie zum Beispiel gegen, äh, gleich am ersten Spieltag in Rastgrad spielt man. Ähm, man spielt, gegen, äh, Ajax eben. Habe ich ja schon eben einmal angesprochen. Ähm, man spielt gegen... Wo, wo, wo sind sie denn hier als nächstes? Äh, man spielt in Bilbao. Man spielt... Ja, wenn ich sie hier immer sehe. Man spielt gegen Fenerbahce. Das wird natürlich auch eben ein schweres Spiel. Eben gegen Mourinho. Ähm, man spielt gegen Anderlecht. Ich finde, man hat einige Mannschaften dabei, aus Sicht von Prag, die man schlagen kann. So wie auch Paarock rein theoretisch. Aber da spielt man auswärts. Oder Balmö. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die knapp noch eben mit dabei sind. Genauso wie auch eben Victoria Pilzen. Ähm, die Rangers auch. Ähm, um nochmal von unten nach oben zu gehen. Und dann auch kurz darauf einzugehen. Also Slavia Prag, Twente, Lazio, Union Sanchiloa. Da bin ich ein bisschen kritisch, bin ich ehrlich. Zu diesem Zeitpunkt jetzt würde ich vielleicht Union Sanchiloa mit Slavia Prag vielleicht tauschen. Ähm, so ungefähr. Oder vielleicht sogar als Absteiger tippen. Denn aktuell läuft es ja nicht gut in der belgischen Liga aktuell. Ähm, die Rangers sind mit dabei für mich. Victoria Pilzen, Bersikdash, guter Kader. Ähm, ich denke nicht aber, dass es für die Top 8 reicht. Braga, auch finde ich, ähm, macht man da vieles gut. Pireus, der amtierende Conference-League-Sieger. Ich denke, dass die in der Europa League auch ihre Siege holen werden. Und, äh, sich für die Quali-Runde qualifizieren. Ähm, Rom, Paok genauso. Äh, Carabac, Alkma. Alkma finde ich sehr interessant. Äh, Nizza auch, finde ich, hat einen sehr starken Kader. Und natürlich knapp nicht in der Top 8. Eintracht Frankfurt und Athletic Bilbao. Ähm, Bilbao, ähm, hat sich nach ein paar Jahren wieder jetzt für die Europa League qualifiziert. Freut mich wirklich sehr für das Team. Äh, man hat da gute Spieler wie unter anderem ja eben Nico Williams. Oder auch eben ja sein älterer Bruder Inyaki Williams sind ja eben Teil dabei, äh, eben von der Mannschaft. Oder eben der Stammtorhüter ja auch der spanischen Nationalmannschaft Unai Simon. Ähm, man hat einen starken Kader. Und ich glaube, dass Bilbao schon auch da oben mitkämpfen wird. Und Frankfurt, glaube ich, auch. Ähm, Frankfurt, finde ich, hat auch einige machbare Gegner wie Ferien Kavos. Ähm, vielleicht sogar gegen Rom, man wird es sehen. Ähm, man hat aber auch Spiele wie zum Beispiel in Lyon. Das wird nicht einfach. Man hat, äh, Spiele in Mütland. Man hat, ähm, Spiele, ähm, wie gegen Slavia Prag. Äh, man spielt gegen Rigas. Man spielt in, äh, Istanbul gegen Besiktas. Ähm, und am ersten Spieltag spielt man gegen Viktoria Pilzen zu Hause. Also du hast einige Gegner, die da machbar sind. Und da denke ich schon, dass Frankfurt auch weiterkommen wird. Aber nicht in der Top 8. Zu dieser kommen wir jetzt. Und wir sprechen jetzt über meine Mannschaften, wo ich glaube, dass das die besten 8 sein werden. Und das sind diese Mannschaften. Ja, vielleicht die eine oder andere Überraschung mit dabei. Wie unter anderem eben Platz 4 Mütland. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach so ein gewisses Feeling bei Mütland, dass die für Furore sorgen werden. Natürlich tippe ich Lyon auch mit in der Top 8. Du hast einen sehr, sehr starken Kader. Du hast natürlich Spieler abgegeben, wie Mangala, den du gekauft hast. Und dann verleihst du ihn doch noch spät. Konnte ich nicht so ganz verstehen. Du hast Jack O'Brien auch eben nach England verkauft. Ähm, Alvero ja eben an Bremen. Oder eben auch Mamadou Saar an Straßburg. Aber du warst ja mit die aktivste Mannschaft auf dem Transfermarkt. Ich glaube... Boah, jetzt muss ich kurz überfliegen. Bayern, Chelsea, Lyon. Ich weiß nicht, wer da sonst noch so mit dazugehört. Ähm, aber sind so die Mannschaften, die natürlich viel Geld für Spiele ausgegeben haben. Wie Mia Kante jetzt bei Lyon, der aus Nottingham Forest kommt. Du hast Ernest Duama, äh, ein sehr junger Spieler, ähm, auf den ich sehr gespannt bin diese Saison. Ähm, Ben Rama hast du dir geholt aus West Ham. Ähm, ähm, und eben vor allem ja auch Mikotaze aus oder von eben dem FC Metz. Für 18,5 Millionen kam er und soll ja auch eben die Tore machen. Bislang glaube ich noch nicht an dem Tor beteiligt. Ähm, aber ich denke, der wird da noch eine Rolle spielen. Und vor allem hast du ja auch noch, ähm, aber da waren ja auch schon, ähm, Lacazette und Gift Orban. Auch nochmal zwei Stürmer, die sehr interessant sind. Ich glaube schon, dass du, ähm, da oben mitspielen wirst. Also eben Lyon, äh, davon gehe ich aus. Auch eben die beiden englischen Klubs, die ich hier am besten einschätze. Tottenham und Manchester United. Beim ManU bin ich so ein bisschen vorsichtig, bin ich ehrlich. Weil, ähm, ich finde, es ist ein bisschen Unruhe in diesem Verein. Ich weiß nicht, wie ich ManU ganz einschätzen soll. Du hast auf dem Zettel, wie man immer so schön sagt, auf dem Zettel hast du an sich ein gutes Team. Hast ja jetzt auch eben unter anderem Basraoui oder eben Delirt. Delirt, der jetzt ja auch schon in der Liga getroffen hat, ähm, hast du eben im Kader. Aber die Frage ist eben, für wie viel reicht es am Ende der Saison? Kannst du eben diese Leistung über die ganzen Wochen, Monate hinweg auch gut abrufen? Ähm, das wird schwer. Danach habe ich auch eben Gala und Fena tatsächlich mit in meiner Top 8. Fena trainiert eben ja von José Mourinho. Ähm, Bayern hat ja eben um die Champions League Quali gespielt, ist ja da eben gescheitert. Ähm, demzufolge geht es in die Europa League und du hast, finde ich, ein gutes Team. Und eben Gala mit einem Ozyman. Das ist meine Top 8 jedenfalls. Ähm, vielleicht eben so die ein oder andere Überraschung mit dabei. Ich glaube aber schon, dass gewisse Mannschaften, die ich hier auch in meiner Top 8 habe, dass sie auch da oben mitspielen werden. Also bei den englischen Klubs und, ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, und sogar auch Porto, ähm, bin ich mir relativ sicher, bei den anderen kann es immer wild gemixt sein. Wir haben Überraschung mit dabei und meine Überraschung ist, wie gesagt, der FC Mütland eben aus Dänemark. So, soviel also zu meiner, ähm, Prognose von den Platzierungen her. Wir kommen jetzt zu, ähm, zwei anderen Prognosen noch. Und zwar einmal der Torschützenkönig, darauf gehen wir jetzt ein. Und danach kommen ja noch meine Favoriten. Also, ähm, ich habe mir so Gedanken gemacht, wo könnte ich mir vorstellen, wer macht viele Tore? Ähm, bin ich so ein bisschen so die Mannschaften durchgegangen. Wer, wer könnte viele Tore machen? Wer könnte irgendwie, ähm, gut die Tore schießen? Und, ähm, da bin ich ganz am Ende eben bei, finde ich, also für mich persönlich, bei zwei Spielern gelandet. Ähm, ich, ich werde aber natürlich nur den einen als Tipp sagen. Und zwar, vielleicht ist es ein bisschen offensichtlich, Viktor Osimann. Ist vielleicht so der offensichtlichste Name, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ist jetzt eben zum Team dazugestoßen bei Gala. Man hat ihn ja ausgedient aus Neapel. Und, ähm, ich, ich bin sehr gespannt auf ihn in dieser Saison. Ich, ich freue mich auf ihn. Er muss so ein bisschen wieder jetzt, ich sag mal, ja, so ein bisschen Fuß fassen, die Leistung abrufen. Und dann glaube ich, kann er schon viele Tore machen. Mein anderer Name, vielleicht erkennt man ein Muster, vielleicht wäre Lacazette, kann ich schon mal sagen. Weil Lacazette auch immer sehr für Tore, finde ich, zu haben ist. Und auch international die Erfahrung mitbringt. Als Kapitän ja auch der Mannschaft eben von Lyon. Ähm, aber ich gehe hier mit Osimann. So, und jetzt die ganz große Frage. Welches sind meine vier Favoriten auf den Titel? Und natürlich bringe ich mit rein Olympique Lyon. Ich, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn Lyon den Titel holen würde. Man war das letzte Mal international dabei in der Saison, ähm, jetzt muss ich nur mal kurz rückrechnen, 1920, wo ja dann die Champions League ein bisschen anders war und wo man im Halbfinale gegen Bayern damals rausgeflogen ist. Ähm, das waren ja damals diese französisch-deutschen Duelle mit Lyon gegen Bayern und Paris gegen Leipzig. Ähm, das weiß ich noch ganz genau, wo ja dann ja das Finale ja eben Paris gegen Bayern am Ende ja der Saison im Lissabon ja war. Ähm, da war man das letzte Mal international dabei. Und ich glaube, dass man schon, finde ich, mit dieser Mannschaft, die du hast, und auch wenn du jetzt noch nicht die, die Siege geholt hast in der Liga, aber du hattest schwierige Spiele gegen Monaco unter anderem, ähm, wo du zwar verloren hast, aber im Gegensatz zu Monaco ist dein Team noch nicht eingespielt mit den Spielern, die du hast aus Sicht von Lyon. Ähm, aber Lyon muss einfach als Favorit hiermit genannt werden. Auch als Favorit genannt werden muss meiner Meinung nach Manchester United, bin ich ja schon eben ein bisschen drauf eingegangen. Ich finde ManU schwierig, wie gesagt, einzuschätzen. Ich glaube, dass die weit kommen werden. Ob es für den Titel aber reicht, finde ich, ist jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich schwer zu sagen. Trotzdem würde ich sie jetzt mal so ganz spontan sagen, die kommen zumindest bis ins Viertelfinale und dann, je nachdem, wie es in der Liga läuft, wie konstant man spielt, ob man Verletzungspech hat oder eben nicht, glaube ich schon, dass du eben aber, ähm, irgendwie da vorne eben mitspielen wirst. Dann vielleicht eine Überraschung, aber der AZ Alkmaar. Ich setze sehr viel auf Alkmaar diese Saison, so komisch es klingen mag. Ich glaube, Alkmaar kann eine Mannschaft sein, die für Furore sorgt. Aktuell ist man auf Platz 2 in der Eredivis hinter Eindhoven und ich habe tatsächlich zum Beispiel zu Uwe oder auch zu Oliver gesagt, obwohl man jetzt natürlich eben mit Pavlidis, dem besten Stürmer ja noch der letzten Saison von Alkmaar, eben den besten Spieler, den besten Torschützen auch, ja, verloren hast an Benfica. Hast du aber einen starken Kader, du hast unter anderem jetzt ja Troy Parrott ausgeliehen von Tottenham und auch ansonsten, finde ich, hast du einen Kader, der sich sehen lässt und ich glaube, dass die für Überraschung sorgen werden und wenn du ein Losglück hast und vielleicht am Ende im Finale, sagen wir jetzt mal Frankfurt, Gala, Fenerbahce, gegen irgendwie vielleicht so ein Team spielst, hat Alkmaar die Chance, wie zum Beispiel ja eben Feyenoord ja in der Conference League, dann ja auch eben mit Rom, hast du eine Chance, rein theoretisch eben diesen Titel zu gewinnen. Demzufolge, Alkmaar ist tatsächlich auch mit auf meiner Liste. So, und jetzt kommt wirklich ein ganz, 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 ganz wilder Guess. Denn, ich nehme tatsächlich in meinem Favoritenkreis eine Mannschaft mit auf, und jetzt passt auf, die nur, nur einen Marktwertkader haben von 93,2 Millionen. Ich will nicht halt so offensichtlich gehen und so viel kann ich sagen. Porto, denke ich, wisst ihr, haben mehr einen höheren Kaderwert. Auch Tottenham, auch Frankfurt. Offenheim weiß ich jetzt gerade nicht, wie teuer oder wie teuer der Kader ist. Bilbao auch nicht, AS Rom nicht. Also es ist jetzt nicht so unbedingt so eine riesengroße Mannschaft. Aber, jetzt haltet mich für verrückt. Paok Thessaloniki. Ich weiß nicht warum, Aber irgendwie habe ich so ein Feeling einfach. Ich finde, dass du erstmal auf den ganzen Positionen wirklich gut besetzt bist. Du hast einen starken Kader. Du hast unter anderem ja auch eben einen Schuhtire eben aus Manchester United, der ablösefrei kam. Du hast einen Medi Kamara aus Olympiakos ablösefrei. Oma Kolei aus Besiktas ablösefrei. Du hast natürlich Spieler verloren, wie eben Zimas, den du an Nürnberg ausgeliederst. Oder eben Kulierakis, den du an Wolfsburg verkauft hast, der Innenverteidiger. Aber ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich so ein gewisses Feeling einfach bei Paok. Und deswegen glaube ich einfach, dass Paok für Furore sorgen wird in dieser Europa-League-Saison. Ich glaube, viele werden sich an dieser Mannschaft die Zähne ausbeißen. Paok wird seine Siege holen und wird überraschen in diesem Turnier. Meine Lieben, das sind meine Prognosen gewesen jetzt hier für die Europa-League. Wie gesagt, nächste Woche dann die Conference-League-Prognose. Schaltet da ein. Was ist aber eure Meinung zur Europa-League? Wie schätzt ihr Frankfurt ein? Wie schätzt ihr Hoffenheim ein? Halt eben die deutschen Vertreter. Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten lasst es auch noch oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. In der Beschreibung ist natürlich der Link für eben die Seite, wo ihr dann ja auch eben eure Tabelle tippen könnt, eure Endtabelle. Könnt ihr mal sehr, sehr gerne reinschreiben, was es da bei euch für Überraschungen gibt. Wie ihr die einzelnen Mannschaften einschätzt und so weiter und so weiter. Wer sind eure Favoriten? Wen tippt ihr als Torschützenkönig? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff am Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen.